der herrschied er hier okay die leute wie ich hier sehen wir erst mal ja die detektiven schraub ja mann leute guckt euch mal den da an leute ich sag euch nur eins wenn euch jemand dieses genut guckt mal leute der guckt da steht sogar wanted also wer gefangen werden muss vielleicht ist auch so ein kleines secret ich weiß nicht leute ich hier guckt man sieht diese karte rechts wo ich kann gerade so schlecht ran so okay leute ich erzähle euch das liebe alle spätig hier steht auch noch was ich werde jetzt für eine neue stadt auch kamera so auf jeden fall leute ich hier sind die detektive seht ihr das hier ein alter rechner sagen wir mal so jetzt mit diesem ding das soll eine kamera sein mit tasche ja ich habe hier genau dasselbe leute neuen mann ding hier leute ist eine lupe ich finde die eigentlich mega geil wenn man jetzt so eine hart war das ist irgendwie so voll der zoom alter ich finde ich weiß nicht leute ob das geht also eine lupe ihr wisst ihr wisst bestimmt was eine lupe ist und was wenn man da durchguckt wenn man da durchguckt wenn man da durchguckt kann man sieht man hat ein bisschen besser sag ich mal so oder mal ein bisschen was weiter weg ist und ich jetzt eine lupe dran nach gesicht hat näher dran eigentlich nur so wäre doch mega geil bei gegnern benutzen oder nicht hinweilte kommen wir jetzt einmal zu dem auto auto fallschirm ich finde nicht so krass aber auch nicht scheiße leute ich finde er so voll okay also ich finde es ist lustig jetzt wenn man so auf in eine tür direkt rein fliegt und das auto ist ja noch so ganz gut dann auf dem dach wenn ihr könnt wenn er wenn er nicht schickt aber ich hätte den griff so mehr in die mütze gemacht oder sowas um ja mann was gibt sie noch um schab die nun hatte bündel und schild alle er hat ein etwas besseres verdient als blau leute blau leute hier eine neue waffe ist im nächsten spiel das ist die trommel das ist der trommelgewehr das ist die trommelgewehr jeden fall leute das soll eine richtig krasse waffe werden ich weiß man ich weiß jetzt schon mal dass sie das ist die nieder gold geben wird ich glaube auch sogar in blau leute und was weiß noch irgendwie was dazu da sagen die macht ich glaube dies fast wie ein sturmgewehr aber das elm ist fünfmal besser also die waffe schießt in also die schießt direkt die vereint nicht so hart komisch wie das sturmgewehr auf jeden fall leute die detektive warum die jetzt hinzugefügt werden wurden hier die rakenschatten so alles gemerkt hat ihr gemerkt habt ja der war ja irgendwie so und daher sind jetzt viele tausende secret sag ich mal so und ihr wisst ja wenn jetzt im echten leben oder damals etwas passierte sind detektive gekommen und habe das geklärt oder so was ihr checkt da was man ja leute und wird meine meinung her die detektive sind daraus gekommen um dies mit der rakete zu klären wenn ihr schickt so erst mal hier eine sohn hier war mir so der guckt nicht dazu hat er schon einen kommentar geschrieben alles gut noch ja okay ich kann gerade ich gucke mir zu guckt aber auf kopf nein ich habe es so hoch aber brechen gedrückt komm hier die mir gegen mit der schutz in der mini die mini regegner mit der maschinenpistole zwei stück und vier stück kann ich irgendwie aufgabe wechseln oh doch die mir scheiß e hat jetzt ein kommentar geschickt ich habe sie die wer guckt ihn gerade so ist sie Dominik Fabio oder an die keine Ahnung inzwischen ich bin so schlecht also schieb ich immer nur zweitze Aufnahme ich will die Traum gut wenn der Lobby Kopf hoch ja ein kommentar wer ist es weiß ich guck kurz auch vor dem Gubel kam ich glaube es muss aus Aufwärmung kürtet oder ja ne man kann das auch hier alle wie die Salzstange Salzstange ich komme mhm hört sich ein bisschen falsch an aber Kopf hoch Fabi wo ist es bitte über Mostymeyer willst du mich verarschen hier ist nicht mal Mostymeyer hier riss das die riss das die Gott Fabi wegen dir kriegt jetzt nicht mein Haus doch hier das nehme ich wenn jetzt hier ein Moluk landet schwör ihm ne ja komm her hier komm Sniper ich benutze jetzt gar kein Stummgewärme Leute Spaß Challenge Leute heute an mich Sturmgewärme nutzen das ist schwer für mich ein Sturmgewärme zu benutzen weil wenn ich einmal ein Sniper hab Sturmgewärme brauche ich dann nicht mehr Oha was ist hier für Durchfall Loot Fabi bestimmt wegen dir bestimmt wegen dir aber ich kann schon mal meine Aufgabe vielleicht erledigen ähm die Möbel und vier Kommentare Tschönen Mann ähm Solty du Mike hä bei das dies ist doch auch du Mike ich hab mich versprochen du Lelik also Fabi du hast dich versprochen also du willst mir also sagen du hast dich vier Tage lang versprochen vier ganze Tage hast du dich versprochen Geh weg Junge Leute ich hab so ne dumme Idee bekommen Dümmer geht's bei mir nicht der hat aber noch mehr Stinkbomben ich weiß doch Ja guckt euch das an Leute guckt euch das doch mal wieviel Schotts waren das grad komm 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 zeig doch deine Skills hier kommen Leute wir gucken hier zu kommen komm kämpf nicht okay ich kenne eigentlich immer selber trotzdem hoffentlich wird er getroffen hoffentlich hoffentlich da weiß ich nicht mehr wie man baut und trotzdem gilt er mich auch Leute da will ich nicht mal zu gucken hat das habe ich noch was geschrieben ich habe nur wegen Fabi verloren wahrscheinlich er lenkt mich zu viel ab ja ja bestimmt sowas von Leute oh man Leute der Hintergrund ist ein bisschen verändert worden oder nicht legal egal ist mir doch egal okay Leute jetzt gehen wir sind noch voll aufgewärmt wir haben auch so viele Kills gemacht ne aber sowas von viele und ich will auch heute auch eine Pump haben und keine Maschinenpistole machen die Schroß sind sie zu Pampen die auch oder ja hier guckt hier ist es dasselbe der sieht irgendwie auch aus schon da als ob das dasselbe wäre ey der guckt nicht mehr zu Fabi warum guckst du nicht mal zu du Moloog guck Untertitelung des ZDF, 2020 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 das haus sieht auch irgendwie wie neu aus die die Oh Gott Leute mein AIM Boah wie eklig Hier ich würde ich fand er war nicht so gut der blieb einfach stehen hätte einfach wegrennen können ja warum nicht durch die die Gegner Gegner habe ich gerade in den Gegner gesehen Hä? Achso, ja. Komm, Leute, wir nehmen sogar einmal die mit. Okay, Leute, keine Ahnung, was das jetzt bringen sollte, aber wenn jemand zu blöd ist und da reinläuft, ist das doch mal selber schuld. Du hast einen Raketenwerfer, vergib ihn mir her. Leute, ich verzichte auf Sniper, sonst spiele ich wieder No-Sniper. Was war denn das greif wie eine Waffe? Von wo noch, hä? Von Main? Okay. 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 Oh, ich habe mich gesehen, Leute. Oh, ich habe mich gesehen, Leute. Oh, ich habe mich gesehen, Leute. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. ich will schon gerne mit dem Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, ich habe so dumm gespielt. Oh, mein Gott, Leute. Okay, Leute, das war's. Ich habe so dumm gespielt.